Oh Gott, ich höre Priester im Hintergrund. Ich muss hier weg. Das nervt. Das nervt, dieses Geschenk. Das wollte ich nur mal demonstrieren. Okay. Komische Zombies. Achja, ich bin zum ersten mal hier und... Sieht cool aus. Es sieht aus wie Gendo. Oh! Oh mein Gott! Das ist ein Schloss! Ein großes Schloss. Ich hoffe, da muss ich nicht rein. Sonst kann ich gleich wieder zurückgehen. Gennenschloss. Oh mein Gott. Hicke. 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 Trick. Ficke. Okay, ich glaube, ich kann jetzt alles hochheben. Äh. Hey, was soll das lecken hier? So, und jetzt habe ich 20. Ist ja geil. 20... 20 Jahre wieder. Könnte ich auch mal bald nach Kakariko gehen. Äh, Action. Wua... Halt. Wuhuah, Halt. Aktion. Warte. Äh... Na stimmt. Das ging ja nicht. Na gut. Dann geht's eben nicht. Äh... Ne, Quatsch. Wie war das? Ah, jetzt. Warum hat er jetzt zwei? Schuhe. Zum Wüstenkoloss. So, jetzt beginnt wirklich der Tempel. Und das ist normal nicht schlecht. Der Wüstenkoloss. Und das beginnt. Tempel der Tempels. Der vorletzte Tempel, der vorletzte Tempel, der vorletzte Tempel, der vorletzte Tempel und der vorletzte Tempel. Guckt ihn euch doch mal genau an. Toll. Geistertempel. Hä? Geistertempel und Schattentempel. Ach so. Na gut. So. Jetzt sind wir mal wieder hier. Und links brauchen wir nicht lang. Da brauchen wir eh nicht lang. Wir haben jetzt die Kraft am Band. Kraft am Band. Und können jetzt diesen Felsen hier wegschieben. Mal sehen, ob der runterfällt oder sonst was. Müsste eigentlich, denke ich. Und der fällt runter. Okay, mal sehen. Da oben ist sowas. Na. So, jetzt. Was passiert? Eine Tür geht auf. Alles klar. Aua. Oh. Dummes Teil. So. Aha. Aua. Eins. Zwei. Ja. Warten wir nochmal, bis das Teil weg ist. Da vorne ist noch einer. Ah, lass mich in Ruhe. Drei. Vier. Und. Nee. Verdammt. Nee. Ach, dammit. Ich muss nachgucken. Ach, na gut. Mal wieder. Ähm, mal sehen. Himmel des Sturms, Himmel der Zeit, Himmel der Sonne. Himmel der Zeit da. Okay. Okay. Alles klar. Jetzt hab ich's drauf. Ja. Ist gut jetzt. Oh, Mann. Ist gut, ich weiß es. Hoffe ich mal. Verschwinde blau. Skulpturkasten. So, der ist jetzt weg. Und dahinter höre ich eine Skulptur. Mit einer Rubine? Nein. Einfach nur eine Skulptur. Gut. Gib mal her. Was du hast. Juhu. Damit haben wir jetzt 21. Und ich muss mal irgendwann zum Haus gehen. Ich denke, dann habe ich den ersten schon mal befreit. Okay, wie komme ich jetzt an die Rubine? Ich hoffe nicht, dass ich die Gleitfüße holen muss. Weil die gibt's ja im Schattentempel. Mö, mal sehen. Ah, der Fels hilft uns. Gut. Jetzt ist die Tür offen. Warten wir nochmal. Zack. Durch. Mal sehen, wo das hinführt. Zu einer Truhe. Äh, was willst du? Achso, der ist eingefroren gerade. Weil ich die Truhe öffne mit dem Schlüssel. Ja. Saug woanders rum. Hä, ich hab doch geschlagen. Ach, verdammt. Was klaut er mir? Ich tippe auf Rüstung. Du hast ein Schild. Und deine Rüstung verloren. Alter. Oh, jetzt. Gib's her. Gib meine Sachen wieder her. Wehe, das Schild ist jetzt weg. Okay, jetzt sind meine Sachen wieder da. Und jetzt ist es so wie vorher. Nur, dass es jetzt eben kleckt. Und jetzt gehen wir wieder zurück. Da war noch eine andere Tür. Was soll denn da drin sein? Ich hab ja jetzt schon mal einen Schlüssel. Wahrscheinlich noch ein zweiter oder so. Ah, dammit. Ah, ne, doch nicht. Ich dachte schon, ich werde getroffen. Aber da haben wir nochmal Glück gehabt. Okay, ähm, gehe ich jetzt mal den Weg hier lang. Vorsicht zahlbar. Hier müssen wir... Okay, ein Wolf. Stirb. Kennen wir ja aus. Oh, du dummes Teil. Ey, kommst du wohl wieder hoch? Och, nö. Ach, egal, Freckel. So, mal sehen, was jetzt passiert. Ah, ich glaub, ne Truhe kommt von oben runter. So war's. Ey, ich bin so gut. Okay, das ist aber nur der... Nein, 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 nein. Bitte nicht. So. Das ist aber nur die Karte oder der Kompass. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das ist mein Lieber. Ciao. 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 Ioan. Ciao. Vielen Dank.